Wir haben hier Yvonne van Vlerken im Badezimmer des Hotel Mercure 3 Eich. Wir sind bereit für den Ironman European Championship Frankfurt der Sparkasse Wet T-Shirt Contest. Wir müssen mal testen, ob der Anzug blickdicht ist, damit am Sonntag die Zuschauer nicht mehr sehen, wie sie sehen sollen. Gut, Yvonne, dann starten wir mal. Auf die Plätze, fertig, los. Das Wasser scheint ein bisschen kalt zu sein. Ja, hier sehen wir schon die ersten. Sieht ganz gut aus. Na ja, oben... Oben gibt es schon leichte Blickerscheinungen. Aber es hält sich an den Grenzen. Der Hauptsponsor ist richtig gut platziert. So dass man die... In Amerika wird das ja auch so gemacht, dass wenn die Mädels oben ohne sind, dass sie dann Sterne auf die Früstwärzchen bekommen. Ja, sieht ganz gut aus. Umdrehen mal. Scheint okay zu sein, ja. Vielleicht wäre ein Top unter dem Anzug angebracht. Okay, das war's. Willst du noch etwas sagen an die Zuschauer grüßen? Tschüss. Haha. Vielen Dank.